Hallo Hoppedos, so geht es weiter. Das nächste Trailerchen läuft. Ein paar Spiegel, ein paar Satire und natürlich wie immer, bitte auf eigene Gefahr für eventuelle Schäden, die daraus entstehen, kann ich keinerlei Haftung übernehmen. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK, Bitchute, Odyssey oder Rumble und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.